Oh, hey, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn hier? Elena! Jack, nix! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarewitsch, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt, jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarewitsch uns einholt. Also... Oh, man, Nate. Hey, 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 Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. Ähm, sorry. Kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Auch Elena Fischer. Vorjahresmodell. Haha, witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel taffer, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's euch zu. Ach, verstehe. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Wir halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Nate, wenn Lazarewitsch dich und mich zusammen... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber nochmal drüber nach. Mist. Lauft! Vorsicht! Ich brauche den Ärger nicht! Okay. Guter Schuss für den Schreiberling. Ich bin im Training. Ich bin im Training. Einfach weiter. Hilft mir mit der Tür. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Guter Schuss für den Schreiberling. Ach, geschafft. Danke. Toll. Wo... Wie kommen wir da rüber? Da hinten ist eine Leiter. Vielleicht können wir rüberschwimmen. Die Strömung ist stark. Das schaffen wir nie. Geschafft. 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 Komm, ich helfe dir hoch. Komm, ich helfe dir. Tja, das wäre schon mal die halbe Miete. Gar nicht schlecht, ha? 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 Das ist definitiv der richtige Tempel. Na, das sieht wirklich wie der Chin-Tamani-Stein aus. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Warte, den Kerl kenne ich doch. Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Ich muss da rauf. Aber wie? Warte, ich seh mir das mal näher an. Okay. Ich warte hier unten. Okay. Gut. Sehr schön. Danke. Mann, hast du Glück. Ich muss da sein. Okay, hey, komm gib's zu, du bist beeindruckt. Bin ich, kriegst ne Banane. Bin okay. 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 Okay, was machen wir jetzt? Okay. 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 Well, ahas anxious. Aber ich kann nichts machen. Okay. Ich werd viva-dealer.